hallo heute habe ich ein wirklich sehr sehr einfaches muster für euch ein ganz tolles muster auch für anfänger geeignet hier werden fast nur rechte maschen gestrickt und das könnt ihr eigentlich immer einsetzen wenn ihr möchtet wenn ihr etwas in reihen strickt also in runden geht dieses muster nicht auf also man könnte das so ausstricken aber es würde immer anders ausschauen so ist die rückseite die rückseite und die vorderseite die schauen beide gleich aus der rapport hat eine reihenhöhe von sechs reihen und die maschenzahl muss teilbar durch zwei sein ich habe jetzt hier schon mal ein paar maschen angeschlagen also ganz wenig weil das reicht auch völlig aus um euch das muster zu zeigen wenn ihr die maschen angeschlagen habt also ihr braucht eine ungerade maschenzahl ihr beginnt mit der rückreihe das ist dann schon die erste reihe vom rapport die erste reihe da werden nur rechte maschen gestrickt und die randmasche die streckt ihr auch rechts die zweite reihe da werden wieder nur rechte maschen gestrickt die erste masche wird einfach nur abgehoben und dann strickt ihr jede masche wieder rechts und die randmasche auch wieder rechts dann sind wir wieder bei der rückseite das ist die dritte reihe den faden immer so hinter die nadel legen und die erste masche einfach nur abheben und in dieser reihe da strickt ihr eine masche rechts eine masche links im wechsel ihr beginnt mit einer masche rechts und dann eine masche links wieder rechts und links und noch eine rechte deswegen benötigt ihr auch eine ungerade maschenzahl weil ihr fangt an mit rechts und hört auch mit rechts auf damit beide seiten gleich ausschauen und die randmasche wieder rechts stricken so die folgenden zwei reihen die werden jetzt nur wieder mit rechten maschen gestrickt das ist jetzt die vierte reihe alle maschen rechts und auch die randmasche wieder rechts jetzt die rückreihe die randmasche wieder einfach nur abheben und wieder alle maschen rechts das ist jetzt die fünfte reihe randmasche wieder rechts so und jetzt kommt die sechste reihe da wird wieder eine masche rechts und eine masche links gestrickt den faden wieder hinter die nadel die erste masche abheben und wieder eine masche rechts und eine masche links im wechsel diesmal seid ihr bei der vorderseite mit einer masche rechts aufhören und die randmasche und dann beginnt ihr wieder von vorne mit zwei reihen rechte maschen eine reihe eine masche rechts eine masche links im wechsel dann wieder zwei reihen rechte maschen und die sechste reihe wieder eine masche rechts eine masche links im wechsel und dadurch dass ihr einmal strickt ihr von hinten eine masche rechts und eine masche links also von der rückseite und einmal an der vorderseite und dadurch schaut das muster dann so aus und das würde eben im runden so nicht aufgehen also deswegen ist das eher nur geeignet wenn man das in reihen strickt so dann sind wir schon fertig für heute dann wünsche ich euch viel spaß beim nachstricken und dann freue ich mich aufs nächste mal Tschüss Tschüss